Es ist, glaube ich, auch für einen nichtgläubigen Menschen nicht zu bestreiten, dass den Mut, den die Menschen in der friedlichen Revolution gezeigt haben, auch den Mut immer zu sagen, keine Gewalt, keine Gewalt, dass der ohne die Friedensgebete und damit auch Gottvertrauen als etwas, was Halt gibt, nicht denkbar gewesen wäre. Und insofern ist das für mich Ausdruck, auch dass Gott in unserer Geschichte wirksam ist, wenn Menschen durch den Glauben an ihn zu solchen Veränderungen plötzlich ermutigt werden. Die Wiedervereinigung ist für den CDU-Politiker Hermann Gröhe nicht nur ein historisches politisches Ereignis, sondern eines, das ganz konkret auch die eigene Familie betraf. Seine Eltern flüchteten drei Jahre vor dem Mauerbau in den Westen. Ein Großteil seiner Verwandtschaft lebte in der DDR. Kurz vor dem 60. Jahrestag des Mauerbaus im August habe ich ihn in seinem Wahlkreisbüro in Neuss getroffen und mit ihm über Heimat gesprochen, über Gebete vor politischen Entscheidungen und darüber, ob er seinen Nachfolger als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Pandemie um seinen Job beneidet. Ich bin Jonathan Steinert, Redaktionsleiter von ProPrint und wünsche Ihnen anregendes Hören bei Glaube macht Politik. Ja, seit 1977 ist er Mitglied in der CDU, seit 1994 Abgeordneter im Bundestag. Er war Staatsminister im Bundeskanzleramt, Generalsekretär der Union, Bundesgesundheitsminister und er gehört dem Bundesvorstand der CDU an, ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ihr religionspolitischer Sprecher. Hermann Gröhe, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Wir sind hier in der CDU-Geschäftsstelle in Neuss. Das ist Ihr Wahlkreis, den Sie mit zwei Ausnahmen seit Sie im Bundestag sind immer direkt gewonnen haben. Mit einer Ausnahme. Den Sie mit einer Ausnahme seit Sie im Bundestag sind immer direkt gewonnen haben. Und Sie waren hier im Kreistag. Sie haben hier Abitur gemacht in diese Stadt. Wenn man Ihren Lebenslauf so anschaut, hat man den Eindruck, nichts kann Sie aus Neuss wegziehen. Wo Sie in einer anderen Stadt geboren wurden, sind Sie ein heimatverbundener Mensch? Ich bin sehr heimatverbunden und das mag sogar damit zusammenhängen, dass es junge Wurzeln sind. Meine Eltern sind 1958 aus der DDR geflohen. Und das hat uns als Familie sehr geprägt, weil die gesamte weitere Verwandtschaft oder fast die gesamte jenseits von Mauer und Stacheldraht waren. Weil auch die Bedrängnis, die meine Mutter in der Studentengemeinde an der Uni Leipzig erfahren hat, also auch Erfahrung des Drucks auf Christinnen und Christen. Anlass für meine Eltern waren vor ihrer Hochzeit und Familiengründung rechtzeitig an den Niederrhein über Berlin zu fliehen. 1958, also noch vor Mauerbau. Und das hat vieles geprägt, aber sicher auch dann dazu geführt, dass ich ganz heimisch geworden bin. Und gleichzeitig sozusagen in meiner Heimatstadt vielleicht auch ein bisschen stehe für die Balance von Tradition und den Veränderungen. Neuss ist eine sehr katholisch geprägte Stadt. Ich war der erste Protestant in einem politischen Spitzenamt. Zwei Drittel der Protestanten in dieser Stadt sind das Ergebnis von Flucht, Vertreibung und dann Familiengründung durch Zuzug. Also vor dem Zweiten Weltkrieg unter 10 Prozent. Und insofern war das auch ganz spannend. Ich sage immer etwas scherzhaft, ich bin durch zwei ökumenische Erfolgsprojekte geprägt. Meine Ehe und die Gründung der CDU. Ich bin mit einer Katholikin verheiratet. Und die CDU war ja eine bewusste Entscheidung, keine konfessionelle Partei, sondern Union von Christinnen und Christen verschiedener Konfession zu sein. Und insofern, ja, hat das durchaus auch eine gewisse exemplarische Bedeutung auch für den ökumenischen Fortschritt in meiner Heimatstadt, dass es jetzt sehr heimatverbundene, beim Schützenfest mitmarschierende, überzeugte evangelische Christen gibt. Wir sind ja direkt gegenüber auch vom katholischen Münster. Gehen Sie dann auch manchmal rein, auch wenn Sie evangelisch sind? Ja, selbstverständlich. Also erstens muss ich Ihnen sagen, ich habe bei der katholischen Kirche, jeder schätzt ja bei bewusster Verankerung in der eigenen Kirche auch Dinge, die anders sind in den Geschwisterkirchen. Ich finde die Offenheit von Kirchen, sich, wenn ich hier am Markt bin, mal einfach ein paar Minuten zur Ruhe, zum Durchatmen, zum Gebet in eine offene katholische Kirche zu setzen. Sehr schön, deswegen bin ich häufig in dieser Kirche. Meine Frau ist katholisch, die Kinder auch, wir sind oft in auch der katholischen Messe, ich gehe unweit in die evangelische Kirche. Und das ist schon interessant, die evangelische hat vor einiger Zeit 100-Jähriges gefeiert, die katholische 800-Jähriges, hat eine der größten Kirchenorgeln im Erzbistum Köln. Schon die Orgel ist eigentlich ein Grund, gelegentlich in dieser Kirche zu sitzen, auch einen tollen Chor und, und, und. Und also, ja, das bewusste Wertschätzen auch der Kirche, in der viele meiner Freunde sind, gehört sicher dazu. Und gleichzeitig, ich war nie in der Versuchung zu konvertieren. Ich weiß sehr genau, warum ich mich in der evangelischen Kirche so wohlfühle. Was ist das denn, warum Sie sich in der evangelischen Kirche wohlfühlen? Also es ist schon die Kombination von dem stärkeren Blick auf die Gemeinsamkeit von allen in der Gemeinde, also nicht nur den Pfarrerinnen und Pfarrern, theologisch ausgedrückt das Priestertum aller Gläubigen. Also das bei uns, und das habe ich eben erlebt in der Presbyteriumsmitgliedschaft meines Vaters, in meiner eigenen Synodenmitgliedschaft, dass eben auch Weltkinder, Juristen wie mich, es in kirchenleitende Aufgaben ziehen kann durch das Vertrauen in der eigenen Kirche. Und diese Gemeinschaft, natürlich, dass sie auch eine Gemeinschaft von Frauen und Männern ist, in allen Funktionen, die Konzentration auch auf das biblische Wort, also ich, also, wenn man es, ich bin nun auch sehr kulturverbunden, ich genieße eine Mozartmesse, das ist etwas Großartiges, aber bei einem Bach-Oratorium bin ich zu Hause. Noch mal eine Frage, Sie sagten gerade, dass Ihre Eltern aus der DDR stammen, jetzt haben wir ja dieses Jahr 60 Jahre Mauerbau, dieses Jubiläum, was verbinden Sie dann damit ganz persönlich durch Ihre Biografie? Ja, zunächst damit, dass das die Trennung war von meinen Lieben. Meine Großmutter konnte uns besuchen, meine Eltern konnten nach 69, da gab es sozusagen die Amnestie für die sogenannten Republikflüchtlinge, also wer vor Mauerbau geflohen war, konnte dann nach 69, konnte meine Mutter wieder gefahrlos ihre Mutter sehen, die sie als 21-jährige junge Frau verlassen hatte und wir sind dann als Familie jedes Jahr bei den Verwandten in der DDR gewesen. Ich verbinde Kindheitserinnerungen mit dem sogenannten Interzonenzug, mit Schäferhunden und Maschinenpistolen, mit der Kontrolle, mit der Angst wird die Medizin für die Oma, die versteckt war. Ich weiß bis heute, wie meine Mutter in Kartoffelpüree und Kloispulver Medikamente versteckt hat, die meine Großmutter dringend brauchte, die aber nicht mehr werktätigen Rentnerinnen und Rentnern die DDR nicht zur Verfügung stellte. Und insofern, ja, also für mich ist, ich habe keine wache Erinnerung, da war ich ein ganz kleines Kind an den Mauerbau, aber an die Realität von Mauer und Schießbefehl habe ich natürlich eine sehr drastische, weil sie eben familientrennend war und deswegen auch an den Mauerfall. Mein Bruder hat 1988 geheiratet, keiner durfte zu uns reisen. Ich habe 1991, das war, wenn man geheiratet, das war, wenn man so will, das erste gesamtdeutsche Großfamilienfest. Und das, also das sind sehr persönliche Erinnerungen und natürlich auch die Dankbarkeit, auch wenn unerfreuliche Ereignisse, der Druck auf die Studentengemeinde in Leipzig, die Inhaftierung des Fachers, Anlass dafür waren, dass meine Eltern sagten, es geht gar nicht mehr, aber dass sie zwar nicht risikolos, aber eben ohne Lebensgefahr 58 von Ost-Berlin nach West-Berlin kommen konnten, dass sie dann mit Hilfe der Amerikaner in den Westteil des Landes kamen, das hat auch in der Familie eine tiefe Verbundenheit zu den Amerikanern begründet. Und ja, also sicher lässt sich mein frühes politisches Interesse vor dieser Fluchterfahrung und Teilungserfahrung unseres Landes gar nicht trennen. Und eben auch, wenn man weiß, für die Cousinen und Cousins gehört Mut dazu, zum Kirchentag in der damaligen DDR zu fahren, gehört Mut dazu, zur Konfirmation zu gehen und zu wissen, dich kostet es keinen Mut, in der evangelischen Jugend zu sein, dich kostet es keinen Mut, als Schülersprecher Lehrer zu ärgern. Dich kostet es keinen Mut, Freiheit zu genießen. Ja, das hat mich geprägt, offengestanden auch, wenn heute mancher sagt, kannst du denn überhaupt dich noch zu deinem Glauben bekennen? Dann sage ich auch vor diesem familiären Hintergrund, also so wenig Mut wie in Deutschland, um sich zu seiner politischen Überzeugung, zu seinem Glauben zu bekennen. Bei allem, wo man auch Ärgernisse erlebt, wenn man es vergleicht mit der Bedrängnis, die in anderen Ländern und eben bis zur Wiedervereinigung auch in einem Teil unseres Landes die Realität war. Also dieser Vergleich, meine Freiheit, die Unfreiheit der Familienangehörigen im Osten, das hat mich tief geprägt. Würden Sie ja auch sagen, dass die Einheit ein Wunder war? Viele sagen ja, durch Kerzen und Gebete wurde die Einheit auch geschaffen. Wie blingen Sie darauf? Also, da sie keiner erwartet hat, ist sie auch Geschenk und Geschenk ist für mich als Christ dann immer auch Gnade. Aber es ist, glaube ich, auch für einen nichtgläubigen Menschen nicht zu bestreiten, dass den Mut, den die Menschen in der friedlichen Revolution gezeigt haben, auch den Mut immer zu sagen, keine Gewalt, keine Gewalt, dass der ohne die Friedensgebete und damit auch Gottvertrauen als etwas, was Halt gibt, nicht denkbar gewesen wäre. Und insofern ist das für mich Ausdruck auch, dass Gott in unserer Geschichte wirksam ist, wenn Menschen durch den Glauben an ihn zu solchen Veränderungen plötzlich ermutigt werden. Jetzt erleben wir ja seit ungefähr einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr auch eine sehr starke Krise in unserem Land, die Corona-Pandemie. Wie ist das mit Ihrem persönlichen Glauben? Welche Rolle spielt das dann gerade in solchen Krisenzeiten oder bei schweren Entscheidungen, die man treffen muss? Welche Rolle spielt da der Glaube? Also mir ist schon wichtig zu sagen, in der Politik geht es um ein starkes Abwägen rationaler Argumente, die auch Akzeptanz finden bei Menschen unabhängig von ihrem Glauben. Und gleichzeitig kann ich mein eigenes politisches Tun nicht von diesem Gefühl, Gottvertrauen gibt mir Kraft, gibt mir Halt, gibt mir Orientierung trennen. Und natürlich ist das bei schweren Entscheidungen besonders. Wenn sie als Bundestagsabgeordnete die Hand heben dafür, dass junge Frauen und Männer oder auch ältere Frauen und Männer als Soldatinnen und Soldaten nach Mali gehen, nach Afghanistan gehen, dort einem hohen Risiko ausgesetzt sind für Leib und Leben und andere schwere Entscheidungen, sagen, ja, da sind sie schon auch froh, einen Teil dieser Verantwortung immer wieder auch im Gebet Gott abgeben zu können und dann nicht leichtfertig zu sein, aber irgendwie doch zu sagen, mit Gottvertrauen das mir Mögliche zu tun und auch zu sagen, ja, wenn ich mich irre, wenn ich schuldig werde, dann kann ich auch auf Vergebung hoffen. Und also insofern, gerade in schwierigen Zeiten ist der Glaube nicht das Sachargument ersetzend. Ich kann keinem Nichtchristen sagen, du musst das so und so sehen, weil das steht in der Bibel. Das wäre falsch. Und man muss auch sehr trennen zwischen dem, was eine staatliche Ordnung macht und was individueller Glaube ist. Ich will das in einem Beispiel sagen, als Christ bin ich von der Unauflöslichkeit der Ehe überzeugt. Gleichzeitig bin ich auch als Christ für einen barmherzigen Umgang mit Scheitern von Menschen an ihren Vorhaben. Aber es wäre Fundamentalismus, wenn man mit staatlicher Gesetzgebung Scheidung verbieten wollte. Es gibt Dinge, da ist der Staat in einer anderen Aufgabe, da wo vielleicht eine Kirche Menschen ermutigen mag, beieinander zu bleiben. Übrigens, vielleicht ist es sogar verantwortlich, es zu sagen, es ist besser, ihr trennt euch. Aber der Staat darf nicht sozusagen die staatliche Rechtsordnung zum Durchsetzer einer Glaubensüberzeugung machen. Aber es wäre ganz falsch, wenn wir als Christinnen und Christen in der Politik verschweigen würden, woher unsere Motivation kommt. Sie hatten jetzt auch schon das Thema Gebet angesprochen, dass Sie froh sind, dass Sie das dann auch abgeben können. Auch zu wissen, da ist noch jemand, dem ich mich anvertrauen kann. Es gibt ja auch noch andere Politiker, Kollegen, die sich auch zum Glauben bekennen. Gibt es da dann auch gemeinsames Gebet, dass man sagt, hier steht gerade eine komplizierte Entscheidung an. Lass uns dafür beten, dass das irgendwie gut läuft. Es gibt unterschiedliche Kreise in Berlin. Es gibt das sogenannte Gebetsfrühstück. Es gibt eine regelmäßige Messfeier, an der katholische Abgeordnete unserer Fraktion teilnehmen. Es gibt die Angebote des Bevollmächtigten der evangelischen Kirche, der Allianz, der Freikirchen. Aber sozusagen, ja, da wird auch ausgetauscht über das biblische Wort. Da wird in Gottesdiensten auch gebetet. Aber in dem Sinne, dass es ein gemeinsames, betendes, fraktionsübergreifendes Ringen um eine richtige politische Entscheidung ist, so weit würde ich nicht gehen. Es gibt sicher wenig, oder was weiß ich gar nicht, es gibt einzelne parteiübergreifende, enge Freundschaften, zu denen auch das gehören mag. Aber in diesen sozusagen eher formalisierteren Formen ist es dann eher ein Austausch von Gedanken und dann vielleicht ein gemeinsames Vaterunser oder eben in anderer Form auch das gemeinsame Gebet. Aber nicht im Sinne von, wie entscheiden wir uns zur epidemiologischen, epidemischen Lage von nationaler Tragweite, wie entscheiden wir uns beim Afghanistan-Einsatz oder so. Sie haben ja durch Ihre politische Arbeit einen Grund im Beruf, wo Sie sehr viel unterwegs sind. Sie haben alles andere als geregelte Arbeitszeiten. Wie vereinbaren Sie das dann mit, zum einen mit privaten Dingen, mit Familienleben, aber auch, sagen wir mal, mit zum Beispiel Gottesdienstbesuchen? Haben Sie da feste Zeiten zum Beispiel oder muss das dann irgendwo zwischendurch passieren? Also das ist auch, das ist ein Ringen. Das ist so und ich habe oft gesagt, wenn mich Menschen gefragt haben, wofür sollen wir denn bei Politikern Fürbitte tun, dann ist das auch genau, dass dieses uns gelingt, weil du immer wieder einen Anlauf auch nehmen musst, die Prioritäten zu korrigieren. Also mir geht das jedenfalls so. Ich merke, dass es Phasen gibt, wo ich mir sehr viel Zeit für Gottesdienst, auch viel Zeit für das Lesen in der Bibel nehme und dann wieder zu wenig. Und insofern tut dann auch wieder der Austausch mit anderen gut. Es tun auch Auszeiten gut. Im Urlaub hat man für manches mehr Zeit. Ja, ich freue mich, dass es zum Beispiel in dem Urlaubsort in Holland, in dem wir regelmäßig als Familie sind, einen deutschsprachigen evangelischen Gottesdienst gibt. Und im Urlaub gehst du schon anders in die Kirche und verlässt die Kirche anders, weil du sozusagen nicht auf die Uhr guckst und das Gleiche gilt für die Familie. Ich bin super dankbar, dass meine Familie, der ich viel zugemutet habe, wir haben vier erwachsene Kinder, wir sind seit 30 Jahren verheiratet. Auch das betrachte ich in erster Linie mal als ein Geschenk. Und auch da gilt, ja, es ist gut, wenn die Kinder und auch meine Frau dann auch selbst in der Hektik eines Wahlkampfes auch ihr Recht einfordern. Und dann muss man auch, muss ich auch sagen, hey, wo musst du jetzt hier was korrigieren? Haben Sie dieses Jahr im Wahlkampf Zeit, Urlaub zu machen im Sommer? Jetzt, jetzt bis zur Wahl nicht mehr, aber wir waren in Holland, bin ich einmal hin und her gefahren, wir sind ja nicht weit der holländischen Grenze, wir waren noch mal ein paar Tage als Großfamilie in der Eifel. Das ist übrigens sehr schön. Wir treffen uns alle zwei Jahre mit der, mit einer großen Verwandtschaftskreis. Und da zu diesem Kreis auch eine evangelische Theologin und ein katholischer Priester gehört, gibt es auch dann für die Großfamilie einen gemeinsam gestalteten Gottesdienst. Aber seit Anfang August steht jetzt wirklich der Wahlkampf, das Reisen durch den Wahlkreis so im Mittelpunkt, dass jetzt zwar der Sonntagvormittag glücklicherweise in aller Regel nicht durch Wahlkampf in Anspruch genommen wird, aber ansonsten ist es schon jetzt im Vordergrund. Sie waren ja von 2013 bis 2018 Gesundheitsminister und als Sie dann das Amt abgeben mussten an Jens Spahn, haben Sie uns im Interview gesagt, das war durchaus ein schmerzlicher Prozess. Wie blicken Sie jetzt am Ende sozusagen der darauf folgenden Legislaturperiode auf diesen Amtswechsel zurück? Ja, es war glaube ich für mich wichtig, mir das auch durchaus auch öffentlich einzugestehen, dass das eine schmerzhafte Entscheidung ist. Dann aber auch, vielleicht auch das als Geschenk, wenn das gelingt, dann jetzt auch nicht dauernd damit zu hadern. Wir machen meine heutigen Aufgaben, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Arbeitssoziales, Entwicklungszusammenarbeit, Vorsitzender des Vermittlungsausschusses, die Kirchenbeauftragung. Freude und ich finde, dass Deutschland auch durch die Arbeit von Jens Spahn auch im internationalen Vergleich mit der Pandemie sehr erfolgreich umgeht. Und gerade als Vorgänger habe ich vielleicht eine gewisse Empfindlichkeit dafür, wie leicht es ist, dann auch auf der Zuschauertribüne Zensuren zu verteilen. Jens Spahn hat selbst einmal den klugen Satz gesagt, es wird auch rückblickend, wenn man so ins Ungewisse handeln muss, Notwendigkeiten gegeben, einander Dinge zu verzeihen. Und dann sagen dieselben, die finden, man hat bei den Masken vielleicht zu viel aus Geld gegeben, warum hat man bei Impfen nicht noch mehr Geld am Anfang ausgegeben. So, du wirst nachher immer auch nochmal innehalten müssen und sagen, wo waren wir gut vorbereitet, wo waren wir nicht gut vorbereitet, was lernen wir für die Zukunft. Ich habe hohen Respekt vor der enormen Leistung und Anspannung, mit der so eine große Herausforderung für Jens Spahn verbunden ist und wie er damit umgeht, auch die anderen Verantwortungsträger in Bund und Ländern. Und ja, es freut mich auch, dass gleichzeitig ja deutlich geworden ist, diese Gesellschaft hat sehr viel Kräfte des Zusammenhalts, der Vernunft und, und, und geht ja mit, bei allen Verhärtungen, die es gelegentlich gibt, weil es massive Einschränkungen immer wieder bedeutet hat, geht doch auch die Gesellschaft insgesamt klug mit der Pandemie um. Wären Sie gern in einer Pandemie selbst Gesundheitsminister? Oder sind Sie, sagen wir mal, unter diesen Gesichtspunkten froh, dass Sie das Amt nicht mehr haben? Beides nicht. Niemand sucht sich das aus, aber keiner darf sich dann drücken. Insofern sehnt sich weder der Amtsinhaber noch der Vorgänger nach solchen Problemen. Und wenn man die Aufgabe hat, stellt man sie sich ihnen. Aber das ist für mich nicht nach der Kategorie, schade, dass du nicht in diesem Stresstest bist oder Gott sei Dank bist du nicht ihm, sondern ich habe auch immer sehr ehrlichen Herzens, Jens Spahn, viel Erfolg und alles Gute bei dieser schwierigen Arbeit gewünscht. Jetzt sind Sie ja religionspolitischer Sprecher. Inwiefern hat dann auch Ihr eigener Glaube, Ihre eigene Religiösität und auch die christliche Sozialisation Ihnen geholfen, diese Aufgabe auszuführen? Also jetzt die Aufgabe des kirchenpolitischen Sprechers? Ja, genau. Ja, da will ich offen sagen, da müssen Sie ja sogar aufpassen. Dass Sie nicht, weil Sie selber ganz und gar in einer Kirche beheimatet sind, das allein Ihre Brille bestimmt. Also als ich CDU-Generalsekretär wurde, war ich kurz zuvor aus dem Rat der EKD ausgeschieden, mit dem Ratsvorsitzenden der EKD befreundet und habe dann meinen ersten außerpolitischen Antrittsbesuch beim Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Also dem katholischen Kirchenführer gemacht, sehr bewusst. Nicht, weil natürlich erstens für eine Partei mit dem C, die christlichen Kirchen, und das sind ganz stark natürlich die beiden großen Volkskirchen, besonders wichtige Gesprächspartner sind, aber weil ich natürlich auch deutlich machen wollte, gerade weil wir ein ökumenisches Projekt seit Gründung sind, das offene Ohr gehört nicht nur der eigenen Kirche. Und als kirchenpolitischer Sprecher ist mir wichtig, deutlich zu machen, ja, die christlich-demokratische Union, für uns in Kirchen nicht irgendein zivilgesellschaftliches Phänomen, uns verbinden die Werte, die wesenhaft im christlichen Glauben wurzeln. Und ganz viele Christdemokraten schöpfen Motivation und Kraft aus einem persönlichen Glauben. Mir ist in diesem Zusammenhang wichtig, auch weil ich durchaus viele Freunde in Freikirchen habe, weil ich in meiner eigenen Wahlkreis eine ganz tolle, lebendige, griechisch-orthodoxe Gemeinde habe, dass wir immer wieder auch bewusst die gewachsene Pluralität in der christlichen Welt, auch unseres eigenen Landes, nicht nur international, auch unseres eigenen Landes wahrnehmen. Natürlich gibt es zwei große Volkskirchen, aber wenn man an die Zahl der Gottesdienstbesucher denkt und, 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 dann verschieben sich die Gewichte durchaus, dann sind die Großen nicht mehr ganz so groß und die Kleinen gar nicht so klein. Und deswegen ist mir das wichtig. Mir ist auch mit meinem christlichen Glauben, aber auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte, das klare Bekenntnis zum Schutz jüdischen Lebens in diesem Land wichtig. Eins meiner ganz frühen Termine als religionspolitischer Sprecher war Josef Schuster Präsident des Zentralrats der Juden. Und schließlich, so wie ich mich seit vielen Jahren für Religionsfreiheit, gerade auch für bedrängte Christinnen und Christen, auch in islamisch geprägten Ländern einsetze, dass auch die Religionsfreiheit von in Deutschland lebenden Musliminnen und Muslimen unter dem Schutz der Verfassung steht. Und insofern habe ich natürlich im Bewusstsein einer gewissen Problematik, was die Repräsentanz dieser Organisation angeht, für wen können sie sprechen, keine persönlichen Mitgliedschaften, aber auch zu vieler Organisationen im muslimischen Bereich, aber auch zu muslimischen Verbänden gute Kontakte. Insofern klare Ansprechbarkeit für die christlichen Kirchen und Gemeinschaften, mit denen uns sehr, sehr viel verbindet. Bekenntnis zum Kampf gegen Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens und religionspolitische Abbildung auch der weltanschaulichen Vielfalt und damit auch Ansprechbarkeit für den Islam gehören für mich zu meiner Aufgabe als religionspolitischer Sprecher, ohne dabei je zu verbergen, wo ich stehe. Übrigens, meine Erfahrung ist, dass weder von jüdischer Seite noch von muslimischer Seite ein pointierter Christ, der Glaube als Gesprächsproblem empfunden wird. Ich kenne auch keine Muslime, die Deutschland eine überbordene Christlichkeit vorwerfen, sondern die eher im Westen sowas wie Gottvergessenheit oder Distanz zum Religiösen wahrnehmen. Und insofern die klare Funktion, auch ansprechbar beispielsweise für Muslime zu sein, hat bei mir nie dazu geführt, dass ich in der Versuchung war, mein eigenes Christsein zu verstecken. Würden Sie dann sagen, dass zum Beispiel das religiöse Vakuum, was Sie jetzt angedeutet haben, dass es auch ein Integrationshindernis sein kann, weil, sage ich mal, viele religiöse Menschen nach Deutschland kommen und die auf eine Gesellschaft treffen, die eher säkular geprägt ist und teilweise mit Religion nicht mehr so viel anfangen kann? Ja, deswegen ist ja man vielleicht auch schwer zu sagen, kann man von Vakuum reden, aber es gibt durchaus einen Traditionsabbruch. Und es ist so, dass sicher auch, wenn wir über das interreligiöse Gespräch reden und damit nicht nur Profis und religionsleitende Persönlichkeiten denken, dass wenn Menschen jüdischen Glaubens, muslimischen Glaubens über ihren Glauben Auskunft geben, wie viele Christinnen und Christen sind dann in der Lage, auch ihrerseits Fragen, die an sie gerichtet werden, zu beantworten. Und insofern, ich glaube schon, dass wenn Säkularisierung zur Gottvergessenheit, zum Desinteresse am Religiösen führt, dann ist es eben nicht, wie mancher glaubt, aufklärerisch. Sondern es verhindert sogar das Verständnis. Wir verstehen viele Regionen der Welt, viele Konflikte in der Welt nicht, wenn wir, wie in der Formulierung von Habermas, religiös-unmusikalisch sind. Ja, also wenn wir, ja, also deswegen, also einer Gesellschaft, in der religiöse Bildung verloren geht, die verliert etwas. Und zwar auch, verlieren auch etwas die Menschen, die nicht religiös selber sich definieren. Ich nehme da gerne das Beispiel, dass wir, wir wissen, dass wir Menschen in Not helfen müssen. Das steht im Strafgesetzbuch 323c, unterlassene Hilfeleistung. Kennt kein Mensch. Aber noch kennen relativ viele das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber wenn Menschen bei einem Blick auf den Arbeiter-Samariter-Bund denken, der Samariter war wahrscheinlich ein großer Gewerkschaftsführer, dann geht eben sehr, sehr viel verloren. Weil sich in unserem Kulturkreis, Gott sei Dank, auch durch die jüdisch-christliche Erzähltradition, biblische Geschichte, auch Normen des Zusammenlebens weitergegeben worden sind, jenseits sozusagen nur der Schar der Gläubigen. Und deswegen empfinde ich diesen Traditionsabbruch vielleicht sogar außerhalb der Gemeinde in den Folgen dramatischer als innerhalb der Gemeinde. Denn innerhalb der Gemeinde ist ja gerade der Traditionsabbruch zwar vielleicht auch zu erleben, aber die, die zum Gottesdienst regelmäßig kommen und, 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 die hängen ja weiter an dieser Tradition. Aber der Gesamtgesellschaft geht etwas verloren. Was würden Sie denn sagen, was konkret die Kirche Besonderes in die Gesellschaft einbringen kann? Also ich denke, in einer Zeit, in der wir von vielem Angst haben, ist Gottvertrauen, dass diese Welt in Gottes guten Händen ist und dass das gleichzeitig nicht fromme Leichtfertigkeit, sondern Verantwortung vor Gott bedeutet. eine zentrale Botschaft, Menschen zu befähigen, über das, was ihr Leben trägt, Auskunft zu geben, aber sie auch zu befähigen, sich für andere einzusetzen. Ich finde diese Bonhoeffer-Worte, dass Gott auf aufrichtige Bete und verantwortliche Taten wartet und antwortet so schön, weil es diesen Zusammenhang, Katholiken würden jetzt vom Ora et Labora beten und arbeiten sprechen, vielleicht stärker, weil es das einen guten Zusammenhang gibt. Und mir ist häufig begegnet, auch im ehrenamtlichen Tun, dass nicht unter dem Dach einer christlichen Organisation stattfindet, dass die Motivation, sich im Roten Kreuz zu engagieren oder anderswo sich auch aus einem persönlichen Glauben speist. Mich hat es manches Mal angerührt, wenn mir gerade übrigens in den neuen Ländern mit einer sehr geringen Kirchenbindung, wenn ich da als Gesundheitsminister ein kommunales Krankenhaus besucht habe und mir ruft eine Krankenschwester beim Rausgehen zu Gottes Segen für ihre Arbeit. Das sagt ja was darauf zu, was sie für diese menschenzugewandte und häufig sehr fordernde Arbeit eben auch trägt und motiviert. Und mich hat es auch motiviert und ermutigt, so einen Zuruf zu erleben. Und deswegen, der Christi, glaube, kann einer Gesellschaft durch diese Hoffnungsbotschaft, durch Gottvertrauen, durch die Fähigkeit neu anzufangen. Wissen Sie, viele unserer religiösen Sprachen sind ja vielleicht fremd. Also Sünde und Vergebung sagt nicht jedem in der Neusser Fußgängerzone mehr etwas. Aber wenn ich einen Menschen, und sei es bei einem Glas Bier frage, wenn du auf den letzten Monat schaust, da gibt es schon ein paar Dinge, die würdest du gerne ungeschehen machen. Also dass man das so dann auch auf dieses lebenspraktische Runde bricht dann? Nein, also das einfach auch dieses, ja, würdest du nicht auch gerne etwas ungeschehen machen, den Wutausbruch dem Kollegen gegenüber, das oder das oder das. Und ist nicht das auch ein Geschenk, dass man weiß, es gibt die Fähigkeit zum Neuanfang zu sagen, das ist falsch gelaufen, sich zwischenmenschlich zu entschuldigen, aber auch Gott gegenüber zu bekennen, wo man auf dem Holzweg war und dann auch zu wissen, man wird nicht sein Leben lang oder über das Leben hinaus an Fehlern behaftet, wenn man wirklich ein Neuanfang will. Das finde ich ist eine enorm befreiende Botschaft und gleichzeitig eben eine, die Menschen häufig aktiv gemacht hat, nicht nur über diesen Glauben zu reden, sondern zu sagen, wenn wir an einen menschenfreundlichen Gott glauben, dann wollen wir auch an einer menschenfreundlichen Welt bauen. Und das habe ich auch erlebt. Hier in meiner Heimatstadt sind die ersten Hilfen für Obdachlose während der Corona-Krise häufig rund um Kirchtürme entstanden, Gabenzäune Möglichkeiten, wo Menschen, die sonst von Tafeln versorgt wurden und die hatten geschlossen, wo die Hilfen bekamen. Da haben ganz schnell Leute gesagt, okay, der Kirchenchor kann sich gerade nicht treffen, aber wir im Kirchenchor, wir können überlegen, ob wir einen Besuchsdienst für die Älteren in der Nachbarschaft organisieren, mit denen Einkäufe machen, Gabenzäun an der Kirche und, und, und. Und das ist ein großartiger Beitrag für unsere Gesellschaft. Im Wahlprogramm der Union steht auch der Hinweis auf die verfolgten Christen, für die sich die Union stark machen möchte, auch weltweit. Wie kann das denn konkret funktionieren? Also was können Sie als religionspolitischer Sprecher oder was kann auch ein einzelner Abgeordneter, der sich für dieses Thema stark macht, eigentlich tun? Man kann ja dazu keine Gesetze machen im Grunde. Naja, also wir haben natürlich auch internationale Aktivitäten dazu. Völkerrecht ist jetzt kein im engeren Sinn Bundestagsgesetz sofort, aber die Religionsfreiheit ist auch in internationalen Pakten für Menschenrechte verankert. Und darauf kann man natürlich schon auch mit den Mitteln der Diplomatie, gegebenenfalls auch mit Verfahren in bestimmten Gremien drängen. Ich glaube, es ist in den letzten Jahren gelungen, nicht nur in Deutschland, sondern international dem Thema Religionsfreiheit einen größeren Stellenwert einzuräumen. Das gilt dann für alle Religionen und Weltanschauungen. Das will ich ausdrücklich sagen, dass ich eine besondere solidarische Nähe gegenüber verfolgten Glaubensgeschwistern empfinde, hindert mich nicht daran zu sagen, die Verfolgung von Muslimen oder tibetischen Anhängern des Dalai Lama durch die Volksrepublik China ist ein Skandal. Und auch das, was man mit Falun Gong Anhängern macht und, und, und. Also insofern gilt da der Einsatz schon allen. Aber die Christinnen und Christen sind nicht nur die größte Gruppe von Gläubigen in der Welt, sondern auch die größte Gruppe von verfolgten Gläubigen in der Welt. Und insofern ist häufig Einsatz dort, der übrigens dann häufig auch Einsatz gegen Antisemitismus und Bedrängnis von Jüdinnen und Juden in diesen Ländern ist, ein wichtiges Thema. Und dann ist es so, die Möglichkeiten von uns Abgeordneten sind von Land zu Land völlig verschieden. Es gab Kolleginnen und Kollegen, die haben regelmäßig in bestimmten Ländern als Prozessbeobachter an Prozessen teilgenommen. Es gibt viele von uns, die sehr viele Briefe an Botschaften schreiben, manche Botschaften antworten, aber alle Botschaften registrieren. Das ist ein Thema im deutschen Parlament. Wie gesagt, es sind die Auslandsreisen. Wir haben als Unionsfraktion durchgesetzt, dass es in dieser Legislaturperiode einen Beauftragten für Religionsfreiheit, Markus Grübel, gibt, der im Entwicklungshilfeministerium sitzt. Wir haben bei entwicklungspolitischen Anstrengungen, wenn es etwa um den Wiederaufbau im Irak gibt, auch zu sehen, wie kann Wiederaufbauhilfe auch religiöse Toleranz den Christlinenminderheiten, den Jesiden gegenüber befördern. Also insofern, ja, aber ich will offen bekennen, in der Menschenrechtspolitik, und ich war auch einige Jahre menschenrechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, gibt es Erfolgserlebnisse, Freilassungen, Begnadigungen und unendlich Frustrierendes. Ich weiß, wie wir, als ich jung gewählt im Bundestag war, der Bundestag, wie viele Parlamente die Abwendung einer Hinrichtung eines Bürgerrechtlers in Nigeria gefordert hat. Das hat die damalige Militärdiktatur nicht geschert und der ist umgebracht worden. Und insofern ist es leider so, dass es auch ein Frustrierendes gibt. Andererseits hat Sakharov, ich glaube, ich kann es nicht wörtlich, sondern nur sinngemäß zitieren, einmal gesagt, dass es auch Menschen schützt, dass ihre Namen nicht in Vergessenheit geraten. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen sind auch Einzelschicksale zu benennen, den Botschafter, den Außenminister, den Staatspräsidenten eines Landes wissen zu lassen, wir schauen auf diesen Pastor in Pakistan, wir schauen auf diese Christin im Iran und, und, und. Das sind wichtige Signale, genau wie ich es wichtig finde, dass wir auch in der Fürbitte an der Seite unserer verfolgten Geschwister stehen. Ich habe noch eine andere Frage zum Wahlprogramm. Da ist mir aufgefallen, dass das Thema Lebensschutz relativ kurz kommt, sage ich mal, gerade das Thema Abtreibung, Werbung dafür, kommt überhaupt nicht vor. Dafür ist zum Beispiel die AfD in dem Bereich sehr ausführlich. Und da habe ich gefragt, warum überlässt die Union der AfD dieses Thema, was für Christen ja oft sehr wichtig ist? Nur ein Satz zur AfD und dann zu dem wichtigeren Punkt. Ich glaube, es gibt keinen Grund, wenn man bei der Union sich manches anders wünscht, eine Partei zu wählen, die Rechtsextremismus und Antisemitismus in den eigenen Reihen duldet. Insofern kann ich nur sagen, wenn ich eine Rede von Herrn Höcke höre, weiß ich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass dort ein konservativer Christbeheimatung wirklich empfinden kann. Was nun das Thema Lebensschutz angeht, ist es ja wahrscheinlich so, dass in Wahlprogrammen gesetzgeberischer Handlungsbedarf adressiert wird. Mit Verlaub, wir haben verhindert, dass das Werbeverbot im Hinblick auf Schwangerschaftsaufbruch aufgehoben wurde. Alle anderen wollten es aufheben. Das haben wir verhindert. Und es gibt, das ist auch richtig, Zugang zu Informationen, wo ein legaler Abbruch gemacht werden kann. Aber wir wollen, übrigens kennt das die Gesundheit auch bei anderen Themen. Sie dürfen auch für Rezeptpflichtige Arzneimittel nicht Werbefilmchen drehen. Also insofern muss ich sagen, das ist, weil mancher so sagt, das ist aber ganz empörend und entmündigend. Also in der Gesundheitspolitik arbeiten wir durchaus damit, dass nicht für alles in gleicher Weise geworben wird. Aber wir sehen da jetzt, also im Hinblick auf das, was da als schwer, als Kompromiss verhandelt wurde, jetzt auch keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Den sehen andere. Wer mit uns darüber in Koalitionsverhandlungen reden wollte, würde merken, dass wir keinen Änderungsbedarf da sehen. Das kann ja durchaus zu Konflikten dann in möglichen Koalitionsverhandlungen führen. Aber klar, das hat ja auch zu Konflikten in dieser Koalition geführt. Und dann hat es einen Kompromiss gegeben. Und der ist ausreichend. Ich sehe keinen weiteren Handlungsbedarf. Wir haben aber eine Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die sogenannte Selbsttötungshilfe weiter zu, also es ist kein Zwang, eine Regelung zu machen, weil ja eine alte aufgehoben wurde. Aber das Urteil des Verfassungsgerichts liegt nahe, das Regelwerk rund um das Thema organisierte oder überhaupt Selbsttötungshilfe neu zu fassen. Und da das sicher eine Gewissensfrage ist, die sich nicht Koalitionsverhandlungen erschließt, ist auch da die Ansage im Wahlprogramm bescheiden. Aber sie ist deutlich, nämlich, dass wir in der guten Sterbebegleitung, in der Stützung von Hospiz- und Palliativversorgung und nicht in der Gewöhnung an Selbsttötungshilfe, sogenannte Sterbehilfe, den richtigen Weg sehen, schon gar nicht in deren Kommerzialisierung. Und das wird uns nach der Wahl beschäftigen. Insofern ist dazu eine Ansage getroffen. Sie sind auch an einem Gesetzentwurf dazu beteiligt, der ja überfraktionell erstellt wurde. Wie funktioniert sowas? Also macht dann einer den Aufschlack und sagt hier, ich würde da einen Entwurf gestalten? Oder wie findet man da zusammen? Also das ist so, dass es ja da eine gute Tradition gibt, bei vielen Fragen, die mit Lebensschutz zu tun haben, darauf zu verzichten, Fraktions- oder gar Koalitionsmeinungen zu bilden. Und es ist in der Tat so, dass sich dann Kreise aus dem Parlament bilden. Das nennt man dann auch Gruppenantrag. Die sammeln dann auch Unterschriften. Dann muss auch ein faires Miteinander verabredet werden. Die Zahl der Unterschriften bestimmt dann auch in den Debatten die Zahl der Rednerinnen und Redner, damit sozusagen die Argumente auch in der ungefähren Gewichtung ihrer Vertretung unter den Parlamentariern und Parlamentariern zu Wort kommen. Aber es ist in der Tat so, dass sich nach dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid, der zu meinem Bedauern, den das Verbot der organisierten Selbsttötungshilfe aufgehoben hat, verschiedene Gruppen gebildet haben, die daran arbeiten, jetzt zu überlegen, welche Handlungsbedarfe durch dieses Urteil entscheiden. Und da sieht man, dass es sehr weitgehende Unterschiede gibt zwischen denen, die sozusagen sehr stark durch die Perspektive sehen, wo muss sozusagen das Recht betont werden, Selbsttötungshilfe zu erlangen? Und wo muss das jedenfalls so eingebunden werden, dass Menschen nicht einem Druck ausgesetzt werden, in einer ganz schwachen Lebenssituation geradezu sozialen Druck zu verspüren, ihrem Leben ein Ende zu machen? Wie kann man auch eben dann Alternativen und Ermutigung zum Weiterleben stärken? Das findet in der Tat in sehr tiefgehenden Diskussionen quer durch die Partei- und Fraktionsgrenzen statt. Sie sind ja dann eher auf der letzteren Seite, dass Sie sagen, kein Druck ausüben sozusagen. Ja, also ich finde es auch übrigens richtig, dass Einrichtungen, nicht nur kirchliche Einrichtungen, da ist es sicher auch durch die Religionsfreiheit geschützt, sondern auch ein Hospiz sagen können muss, zu unserem Profil gehört es, dass bei uns organisierte Selbsttötungshilfe nicht stattfindet. Auch wenn das Verfassungsgericht klar gesagt hat, dass man das nicht alles verbieten darf. Da wird es auch unterschiedliche Angebote geben mit unterschiedlichen Profilen. Wir haben das Verfassungsgerichtsurteil zu respektieren. Und wenn Sie so wollen, stehen wir vor, ja, ich sage sogar der Gewissensnot, wenn man meine Position hat, zu sagen, das Verfassungsgericht lässt uns einen kleinen Spielraum, weil auch das Verfassungsgericht ja gesagt hat, also man muss sicherstellen, dass Menschen jedenfalls eine wirklich frei verantwortliche Entscheidung treffen. Das heißt zum Beispiel Menschen mit seelischen Erkrankungen, Behandlung und Hilfe erfahren, aber man das auch sozusagen vorher prüft oder vorher genau anschaut, ist dieser Lebensbeendungswunsch Ausdruck einer Erkrankung. Und wenn Sie da ein regelhaftes Verfahren machen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass genau dieses regelhafte Verfahren unfreiwillig wieder die Gewöhnung an die Möglichkeit zur Selbsttötung beinhaltet. Und die wollen wir ja gerade nicht. Und insofern gibt es auch viele, die noch gar nicht wissen, ob sie am Ende einer Regelung zustimmen können, weil sie sozusagen vor dieser Qual stehen zu sagen, es gibt Verfahren, die können seelisch kranke Menschen zum Beispiel schützen, aber erwecken dann natürlich auch den Eindruck, an anderer Stelle zu sagen, Stempel drauf oder wie auch immer deutlich zu dokumentieren. In diesem Fall ist organisierte Selbsttötungshilfe möglich. Und deswegen, und wie kann man gut seelische Erkrankungen feststellen? Wie kann man die Dauerhaftigkeit eines Lebensbeendungswunsches, auch über die spricht, Ernsthaftigkeit, Freiwilligkeit, Dauerhaftigkeit des Verfassungsgerichts. Und da sind wir auch noch in anhaltenden Gesprächen mit Fachleuten, auch etwa aus der Psychiatrie, der Psychologie, um da klug zu sehen, was lässt auch das Bundesverfassungsgericht zu, um, das war immer unser Wunsch, Menschen zu schützen, nicht sozusagen auch entweder aufgrund einer seelischen Erkrankung oder eines empfundenen sozialen Drucks Richtung Lebensbeendigung zu gehen. Können Sie uns zum Schluss noch verraten, warum ein Christ CDU wählen sollte? Natürlich hoffe ich, dass die CDU, CSU ein überzeugendes Angebot für Christen macht. Ich freue mich über Christinnen und Christen in allen demokratischen Parteien, sage ich auch offen. Uns verbindet auch viel. Gleichzeitig will ich da nicht so eine Einheitshose draus machen. Christen sind für und gegen Steuererhöhungen, für und gegen einen bestimmten Bundeswehrsatz, Einsatz und, und, und. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Christ Rassist sein kann. Also es gibt schon Positionen, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber der Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung, die einzigartige Würde jedes Menschenlebens, das ist doch die Essenz eines christlichen Menschenbildes, die ist schon in einer besonders starken Weise seit Gründung der Union unserer Leitfaden. Ich denke, wer mit christdemokratischen Politikerinnen und Politikern spricht, wird häufig erleben, wie sehr sie auch ein persönlicher Glaube antreibt. Und wenn man dann Programme durchdekliniert, Wertschätzung für Ehe und Familie, natürlich Akzeptanz auch von Vielfalt der Lebensformen. Aber alle Parteien außer der Union wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Das Ehegattensplitting ist etwas Modernes, allen Unkundenrufen zum Trotz, weil es sagt, dem Staat geht es nichts an, wie das Ehepaar die Arbeit untereinander aufteilt. Und übrigens auch wertschätzend für den, der für Familienarbeit zurücksteckt, erwerbsmäßig, ihr oder ihm, wird gleichsam das Berufseinkommen der Gemeinschaft hälftig zugerechnet. Also die Wahlfreiheit der Familie zwischen Beruf und Familie wird durch das Ehegattensplitting geschützt. Alle wollen es abschaffen, die Union verteidigt ist. Das ist nur so ein Beispiel, woran deutlich wird, dass Dinge, die vielen Christinnen und Christen wichtig sind, auch ihren Niederschlag im Unionswahlprogramm finden. In welcher Funktion würden Sie nach der Wahl sehen? Hoffentlich in der des direkt wiedergewählten Abgeordneten meiner schönen Heimat. Und für alles andere gelten die Worte des großen Fußballphilosophen. Schauen wir mal. Vielen Dank, Hermann Gröhe, für dieses Gespräch und für Ihren Einblick in die Arbeit und Ihre Position. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war eine weitere Folge von Glaube macht Politik. Täglich aktuelle News findet ihr auf pro-medienmagazin.de. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldungen und Fragen und Anregungen. Schreibt uns gern über Social Media oder auch per E-Mail an info-medienmagazin.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.